In diesem Video erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zum neuen Xperia Z1, welches von Sony vorgestellt wurde. Das neue Sony Xperia Z1 wurde als eines von Sonys neuen Geräten auf der IFA in Berlin vorgestellt und ist der Nachfolger des Premium-Smartphones Sony Xperia Z. Äußerlich hat sich das Z1 zu seinem Vorgänger nicht wirklich verändert, denn die großen Neuerungen befinden sich unter der Haube. Zunächst hat das Xperia Z1 einen Bildschirm mit der Auflösung von 1080p Full HD und eine Bildschirmdiagonale von 5 Zoll. Die große Besonderheit des Xperia Z1 ist jedoch die 20,7 Megapixel Kamera, welche den gleichen Sensor besitzt wie einige Kompaktkameras, die Sony anbietet. Die Kamera ist eigentlich das Highlight des Sony Xperia Z1. Da das Gerät außerdem einen Wasser- und Staubschutz besitzt, wirbt Sony damit, dass das Z1 die beste Kamera bei einem wasserfesten Smartphone besitzt. Durch die verbaute G-Lens werden Fotos gestochen scharf und verwackelte Bilder werden durch den Beons Bildprozessor vermieden. Auch für Zoom-Aufnahmen ist das Xperia Z1 geeignet, da dreifach optischer Zoom möglich ist. Videos können in Full HD aufgenommen werden und die Frontkamera macht Fotos mit 2 Megapixeln. Angetrieben wird das Z1 von einem 4-Kern-Snapdragon 800 Prozessor von Qualcomm mit 2,3 GHz und die Grafikeinheit ist die Adreno 330 GPU. Der Arbeitsspeicher ist 2 GB groß und der internen Speicher beträgt 16 GB, kann jedoch mit Hilfe einer Speicherkarte erweitert werden. Das Betriebssystem ist Android 4.2.2, dieses ist zwar nicht mehr die neueste Version von Android, jedoch noch sehr aktuell. Der Akku des Sony Xperia Z1 hat eine riesige Kapazität von 3000 mAh und ist wahrscheinlich nur sehr schwer an einem Tag leer zu bekommen. Als Konnektivitäten ist neben NFC, Bluetooth, WiFi und GPS auch LTE verfügbar. Das Sony Xperia Z1 wird in Schwarz, Weiß und Lila erhältlich sein. Ich hoffe dieses Video hat euch gefallen, lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Vergesst außerdem nicht mich zu abonnieren, so könnt ihr meine wöchentlichen Videos verfolgen. Das war LiveTech.de mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video gesehen habt. Das war LiveTech.de mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr das Video gesehen habt.